Warum soll ich dir trauen? Hat er eben wegen dir einen Anfall? Eine Nebenwirkung. Tut mir leid. Aber die gute Nachricht. Ich mach's wieder gut. Hier, nimm das als... Vorschuss. Dein Relic ist voller Beschädigterdaten. Ich beseitige sie und schaffe Platz für Zeug, das du gebrauchen kannst. Zum Beispiel? Nova Militech Kampfsoftware. Die liegt sonst irgendwo ungenutzt worden. Militech Kampfsoftware. Hm. Gar nicht übel. Tja, gemütliche Regierungsjobs wie meiner bringen einige Vorteile mit sich. Bisher hast du die Basisversion der Software. Aber die kann das. Sie lernt und wächst mit dir. Und verbessert sich, wenn du sie mit Daten fütterst. Kampfanalysen. Legendäre Aufträge. Missionen, bei denen sich das NCVD einmachen würde. Zieh dich in Doktorno. Da muss ich erstmal hin? Der Haupteingang ist keine Option. Ohne Pass kommst du gar nicht rein und mir fehlt die Zeit, einen zu fälschen. Du schläfst dich schön heimlich von hinten ein. Ich darf niemand sehen. Oder scannen. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Keine Angst. Dafür sorge ich schon. Es sieht gelangweilt aus. Jetzt reißen wir uns wieder. Ja? Was denn? Sie hat die Wanne an jemanden anstarten. Kannst du mich kennen? Ich habe einen Strumpf. Heute Abend spielen wir drei gegen drei. Kommst du? Ich muss. Ich muss. Ich muss. Ich möchte. Achse. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh man! Oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020